so herzlich willkommen leute ich war gerade beim aldi heute mal ein interessanter aldi einkauf ich wollte eigentlich nur dieses vegane fleisch kaufen aber wie es immer so ist natürlich ihr kennt das man will nur eine sache kaufen und am ende endet man so natürlich habe ich es kaum in die tasche rein gekriegt alles es ist immer das gleiche das ist einfach nur naja ihr wisst ihr das ist einmal ketchup gekauft habe ich zwar hier habe ich habe gestern ketchup gekauft aber dass die gehen so schnell leer das hält bei mir keine woche von daher habe ich direkt noch mal gekauft dann ziemlich krass habe ich noch nie gesehen mienudeln mit vollkorn ist der übelste fake wusste ich natürlich schon als ich das gesehen habe konnte ich mir nicht vorstellen vollkorn nie im leben aber natürlich steht vollkorn drauf sieht aus wie vollkorn also ist dunkel kann man der kamera vielleicht kaum sehen damit sind wirklich dunkel und mit so stückchen also so ein bisschen sieht original aus wie vollkorn wir hatten daneben auch die weißen wenn man halt ganz kleinen unterschied gesehen aber wenn man dann drauf guckt stellt man fest dass dann nur fünf prozent vollkorn ist aber okay trotzdem habe ich sie gekauft weil ich keine mienudeln mehr da habe und naja wenn du mienudeln kaufst sind sie 100 prozent weiß mehl und das wenigstens 95 prozent weiß mehl fünf prozent vollkorn deswegen ja immer noch besser als das andere von daher habe ich das gekauft hat mir zahnpasta gekauft da ihr leider gibt es die die ich sonst kaufen nicht mehr für schmerzempfindliche zähne leider ja sehr sehr schade natürlich zahnpasta mit vegan zeichen und klar und so noch mal vollkorn fake vollkorn sage ich mal und dann den besten fleischersatz den es gibt hier von the wonder die macht den besten fleischersatz den ich je gegessen habe das einfach nur unfassbar ich mache mir gleich ganz genau das hier was ihr hier seht ganz genau das mache ich mir jetzt mit diesen chance einfach die konsistenz von denen es einfach nur viel zu groß also die ist sowas von geil das ist jetzt im kopf nicht aus ich kann euch zeigen fett hat das auch wenig 3,9 das ist relativ wenig denkmal an tofu das hat 10 auf 100 gramm also das auf jeden fall weniger und da es kein problem mit soja isolat gibt ist soja protein deswegen sogar eher vorteilhaft laut wissenschaft deswegen ja es ist aktuell relativ viel von diesem soja zeug soja chunks und sowas also veganes fleisch edelsüß paprika leer gegangen sagen wir dann noch noch mal die chunks diesmal classic style also chicken ohne gewürz und sowas hat noch weniger fett hat 3,3 ok und dann das worauf ich aktuell mega süchtig bin dass es dieser apfel muss hier in so einem fetten pack 710 gramm sind das ich trinke so ein teil leer auf einmal so nach dem essen echse ich so ein ding weg hat fett gehalten 0 gramm der absolute traum der dream das ist halt sweet valley die die machen diesen apfel musen der ist so süß der ist auch mit zucker gemischt natürlich der ist mit zucker gemischt der ist voll süß voll geschmacksintensiv ja einfach nur suchtmittel und damit kann man sich richtig krass die kohlenhydrate reinballern genauso wie es sein sollte voll geil und dann kaufe ich immer wieder mal eine packung immer wenn ich bei aldi bin kaufe ich so eine packung die sind vollkorn sind zwar nicht unbedingt meine lieblingsnudel form die mag ich nicht so unbedingt aber diese diese tagliatella oder wie die heißt diese platten nudeln linguine heißen die gibt es nicht mehr die wurden abgeschafft im dm die gibt es nicht mehr also die vollkorn variante ich habe keine ahnung warum von allen nudeln sorten die es gibt haben die ganz genau die abgeschafft das ist so lächerlich aber das hatten wir schon ein paar mal also ich hatte schon ein paar mal was im supermarkt was übelst geliebt habe und ganz genau das wurde abgeschafft kennt ihr das so und dann was haben wir noch kohlenhydratwasser also karottensaft habe ich noch gekauft und jetzt viel zu krass auch das hat dann auch meine tasche voll gemacht weil ja ich nicht damit gerechnet habe dass sie sowas haben und das mal an was ist das bratnudeln war vegan bratnudeln sojas teil voll krass und hat sehr wenig fett ein gramm wir haben alle wir haben alle um die ein gramm richtig krass also wenn die schmecken ich meine die kann man ja mit soja soße anbraten und so dann werden die wahrscheinlich ziemlich geil schmecken auch guck mal hier ja kokos und zitronengras curry style vegan krass zum ersten mal gesehen ich weiß nicht ob sie neu sind oder was aber ja wenn man mal genauer hingucken dann findet man auf einmal diese ganzen veganen sachen ja so das ist der einkauf das ist der einkauf ich probiere die hier jetzt gleich mal viel zu geil oder ne ich mache mir gleich den döner stimmt zum abend mache ich mir dann die nudeln und das ist mein einkauf also leute ich hoffe mein einkauf hat euch gefallen war eine inspiration jetzt habt ihr falls ihr zum aldi geht oder sowas vielleicht mal probiert ein paar neue sachen aus und vielen dank fürs zuschauen und i see you next time